Beim Wein saß voll Stimmung einmal eine Dame, die war genau wie sie. So, genauso wie sie, saß einmal auch ein Herr, dieser Dame vis-à-vis. Sie kamen sich nahe und kamen sich näher und das genau wie wir. Und was sagt in so einem Falle der Herr dann zu ihr? Na, was kann er schon sagen? Stell dir vor, es geht das Licht aus, sag, was würdest du dann tun? Keine Angst, es geht noch nicht aus, aber trotzdem sagen wir's nun. Stell dir vor, es geht das Licht aus, pass nur auf, gleich kann es geschehen. Ah! Finster, finster, gar nichts kann man sehen. Finster, finster, oh, wie war das schön. Stell dir vor, es geht das Licht aus, sag, was würdest du dann tun? Keine Angst, es geht noch nicht aus, aber trotzdem sagen wir's nun. Stell dir vor, es geht das Licht aus, pass nur auf, gleich kann es geschehen. Finster, finster, gar nichts kann man sehen. Finster, finster, oh, wie war das schön. Bei einem Konditor, da tritt in den Laden ein kleines Pärchen ein. Zwei reizende Kinder mit flittenden Augen, er sechst und sie schon neun. Sie sehen die Kuchen, die Torten, da wird ihnen so ein Herzchen eng. Da sagt er zum Mädchen, was glaubst du, was ich mir jetzt denk? Stell dir vor, es geht das Licht aus, sag, was würdest du dann tun? Keine Angst, es geht noch nicht aus, aber trotzdem sagen wir's nun. Stell dir vor, es geht das Licht aus, pass nur auf, gleich kann es geschehen. Ach, finster, finster, gar nichts kann man sehen. Finster, oh, wie war das schön. Das war wirklich schön.